Hallo liebe Freunde von Kömpf24, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Video. Wir zeigen euch heute, wie wir eine Außenküche montieren. Ich befinde mich heute hier im wunderschönen Süddeutschland. Ich bin hier bei einem Fußballprofi, bei dem Jerome Gondorf. Der Jerome hat uns eingeladen, beauftragt, eine Außenküche zu montieren. Die Außenküche der Firma Woo. Die Küche seht ihr hier hinter mir. Wie das Ganze vonstatten geht, zeigen wir euch jetzt. Die Küche seht ihr hier. Die Küche seht ihr hier. Die Küche seht ihr hier. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020